Button made a move. And Fernando was out. Das geht mit den Regenreifen. Gelb, bitte kein Safety. Da ist Alonso in der Mauer. Oh wei, oh wei. Er sitzt nur auf, also ich glaube nicht, dass das Auto kaputt wäre, aber er sitzt auf, es darf ihm geholfen werden, wenn es ihn wegkriegt. Safety Car. Hintergrund. Button will eigentlich zurückziehen, aber er schafft es nicht ganz, man kann ihn plötzlich anhalten. Und Vettel bleibt in Führung, Mark. Okay, I see we are stuck. If you don't get a push, switch off the engine. Okay. Sleep over here is just a tire, guys. Okay, gentlemen, we will change tires and front wing. Nämlich die Wall-of-Champions-Schikane. Und hier Alonso Button. Tatsächlich, da kracht's. Bang. Eieieieiei. Und Alonso hat... ...